Ö3 Valek Wandert Vor mir marschiert 1,76 Meter groß, blonde, lange Haare, geboren in Innsbruck Am 10.03.1976 Ehemalige Nummer 7 der Tenniswelt, Name Barbara Agnes Shedd Eagle Oh, ganz förmlich. Ich sag's mal ganz salopp, Babsi Shedd wandert kommenden Sonntag mit mir in Innsbruck an der Nordkette entlang. Sie erzählt mir über ihr Leben in Australien und verraten hat sie mir, dass sie sich eine ganz besondere Gabe wünscht. Ich würd irrsinnig gern singen können unter Im Frühtal zu Berge, wir ziehen weiter da. In die Berg bin ich gern, wo die Albenrölslein wachsen und der Endzern blieb. Babsi Shedd am Plagt, am Sonntag, ab 9. Valek Wandert Der Gipfel der Unterhaltung Mit Radio Ö3